Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Achtung, hinsetzen, anschnallen. Wir haben einen XXL Action Haul für euch. Danny wird auf meinen Einkauf reagieren und das Beste ist, ihr könnt 200 Euro Amazon Gutscheine gewinnen. Wie das funktioniert, erzählen wir euch gleich. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn eventuell gibt es am Ende noch eine weitere Überraschung für euch. Hallo. Ja, ich bin wieder da. Hallo Freunde, hallo ihr süßen Maxim-Giacomo-Army-Freunde. Stimmt, das haben wir lange nicht mehr gesagt. Ja. Was erwartet dich heute? Ich, genau, keine Ahnung. Ich werde hier diese Einkäufe mir so ein bisschen anschauen, die Maxim getätigt hat. Und bewerten vor allen Dingen. Und vor allen Dingen bewerten. Und ich sage euch jetzt schon, ich sehe hier eine Menge, von denen ich keine Ahnung habe. Ich sitze so ein bisschen traurig hier neben dir. Ja, wir sind aber nicht traurig. Wir haben nämlich was mitgebracht. Und zwar, wie immer, ein dickes Gewinnspiel. Und nachdem ihr letztes Mal schon meine Kollektion gewinnen konntet, gibt es dieses Mal für euch zur freien Verwendung zwei Amazon-Gutscheine zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst? Ihr müsst einmal dieses Video schauen und natürlich Maxims Kanal abonnieren. Dann switcht ihr zu meinem Kanal rüber. Den habt Maxim hier irgendwo verlinkt. Und dort schaut ihr das andere Video, welches um 19 Uhr online gekommen ist. Und dort zählt ihr die Smileys. Und wenn ihr dann auch meinen Kanal abonniert habt, und wir haben ein großes Ziel, wir wollen nämlich die 14.000 Abonnenten dieses Jahr noch erreichen, es fehlen nur noch 300, dann habt ihr die Chance, diesen zu gewinnen. Und dann würde ich vorschlagen, wünsche ich euch ganz viel Glück. Und wir starten mit dem Haul. Ich war bei Action. Ich hatte euch nämlich gefragt, was ihr für Empfehlungen habt. Und die beste Empfehlung, die ich gelesen habe, war Schwangerschafts- und Ovulationstests. Ja, das habe ich immer wieder das Problem, dass ich nicht weiß, in welchem Monat, 36.000, 38.000. Ich bin so dick geworden. Also, ich weiß nicht, ob es gute Schwangerschafts- und schlechte Schwangerschaftstests gibt. Na gut ist, wenn er sagt, hat funktioniert. Ja, oder halt auch nicht. Ja, dann ist er blöd. Also, wir haben heute keine Schwangerschaftstests. Ich habe aber so ein paar Produkte gekauft, die mir neu waren. Und eventuell sind hier auch ein paar Weihnachtsgeschenke mit dabei. Danny darf sich das erste Teil aussuchen und darauf reagieren. Ich nehme das hier. Eliza Jones ist die beste Freundin von Sabrina Rudnick. Ich habe keine Ahnung, wer diese Menschen sind. Aber Eliza Jones hat eine Hyaluronic-Acid-Face-Creme rausgebracht. Das geht schon wieder los mit laut, wo ich für was anderes hätte studieren müssen. Das ist tatsächlich eine Feuchtigkeits-Creme, eine Hyaluronsäure-Creme. Dann nennst du es dir nicht so. Ja, weil Eliza Jones International ist. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist die Box. Die ist sehr, 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 sehr groß. Aber der Tegel ist sehr, 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 sehr klein. Hast du mal Snickers gekauft, da ist genau das Gleiche. Hier sind 50 Milliliter mit drin. Und ich probiere sie jetzt einfach mal live aus, so ein bisschen. Na, wir cremen dich jetzt ein mit allen Cremes. Ist die teuer? Ne, das ist ja das Schöne. Ich habe viele, viele Serien von Eliza Jones schon gehabt. Und ich mochte die sehr, sehr gerne. Die riechen. Riecht nach Creme. Oh, die riecht aber gut. Die riecht ein bisschen kosmetisch. Was kostet die? Habe ich jetzt nicht im Kopf, aber vielleicht 3 Euro. Riecht sehr, 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 sehr gut. Es gab eine komplett neue Reihenfolge von Eliza Jones. Genauso die Retinol-Creme. Retinol und ich, wir sind... Was ist Retinol? Retinol sorgt dafür, dass die Haut verjüngt wird. Retinol-Öl wirkt abführend. Oder Wimpern verlängernd. Verrückt, Freunde. Es ist immer ein bisschen schwieriger. Ja, okay. Was haben wir? Wir haben hier so vier von Eliza Jones. Ja, weil Eliza Jones ist super. Weil die hat auch was mit Vitamin C rausgebracht. Ja, wir werden ein... Was ist das? Dasselbe, nur mit Vitamin C. Warum kaufst du es dann nochmal? Naja, weil wir haben einmal Hyaluronsäure, einmal Retinol und Vitamin C. Retinol ist für abends und Vitamin C ist für morgens. Habe es so geöffnet. Ich will wissen, ob das nach Orange riecht. Riecht nach gar nichts. Kann man das essen? Ich würde es nicht machen. Aber alle Cremes müssen so getestet sein, dass man sie essen kann. Theoretisch ja. Ihhh. Ihhh. Ja, also die ist auch so ein bisschen Pfirsichfarben. Ist auch ein bisschen dicker. Riecht nach Katzenpup. Ja, die riecht jetzt nicht so spannend. Also die riecht nicht so gut wie die Hyaluroncreme. Ich habe Danny aber was mitgebracht. Apropos Katzenpup. Ja. Oh, es gibt... Schaut mal, es gibt M&M's. Das ist die Weihnachtsedition von den M&M's. Das freut mich. Ist es die Weihnachtsedition? Achso, die haben nur Weihnachtsmützen drauf. Die haben einen ganzen Tannenbaum. Boah. Das ist aber eine tolle Idee. Finde ich gut. Möchtest du meinen M&M haben? So, und dann haben wir... Habe ich was mitgebracht. Einmal für mich und einmal für Danny, weil wir sind mittlerweile in dem Alter, wo wir sowas brauchen. Schaut mal, wie die da hinten aussehen. Und jetzt schaut uns an. Wem willst du noch ein M&M? Nein, wir haben einmal... Ist nicht so schlimm. Wir haben einmal eine Kniebandage. Die hast du. Und eine Fußbandage. Nein, du hast ja noch zwei. Hast du zweimal gekauft? Na, einmal fürs Knie und einmal für den Fuß, weil ich doch so Probleme mit dem Knie hatte und du mit dem Fuß. Ja, Freunde, wir müssen auch mal drüber reden. Und ich bin auch ehrlich gesagt einfach zu voll zum Arzt zu gehen. Ja. Und manchmal hilft das ja so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich die Lösung ist, aber... Ich bin gespannt. Also, ich habe tatsächlich öfter auch mal was mit dem Fuß. Von daher, vielleicht ist das so... Wir können ja auch tauschen. Na gut, okay. Dann geht es weiter mit dem Besten überhaupt bei Action. Das ist der einzige Grund, warum wir immer zu Action fahren. Yummy Sauce. Also, wirklich, Freunde, ohne Quatsch. Wenn ihr auch Freunde des schnellen Gerichtes seid, also sowas wie Pommes oder Kroketten, so alles... Alles. Alles auf die Hüfte geht. Diese Soße, die kostet, keine Ahnung, wie viel? 1,79 Euro. Ist bis zum 38.12.23 haltbar. Schon sehr seriös. Stimmt. Bis zum 38.12. Sehr seriös. Aber die ist so gut und das zeigen wir euch. Das ist eine andere. Ach nein! Die ist neu. Aber wir haben dreimal die Yummy Sauce. Dreimal haben wir sie gekauft und dann haben wir hier was Neues. Das ist die Vulcano Sauce. Könnte auch sehr spannend sein. Kann man die auch probieren? Kannst du auch. Dafür bist du hier. Da habe ich mir gedacht, das könnte vielleicht eine gute Möglichkeit sein. Nee, sollst du nehmen. Was soll ich damit? Hast du hier keinen Müll? Doch, der ist hinter dir. Wieso probiere ich die jetzt? Hast du eine Krokette? Hier einfach ablecken. Nee, ich hätte es mir in den Mund gekippt. Hast du Kroketten hier? Nee. Oder Pommes? Dir würde es nicht schmecken? Ich finde sie fantastisch. Da habe ich dir jetzt schon Glitzer auf meinem Finger. Du bist die ohne. Ja, au! Was ist denn hier los bei dir im Raum? Also, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Aber es hat was von Tabasco und so eine leichte säurige Note, die perfekt zu Lachs und Avocado wäre. Hast du Lachs oder Avocado? Hier, ich kann das. Alles davon da. Ja, dann weiß ich, was wir heute essen. Das ist wie so eine Sushi Bowl vielleicht. Okay, also die Soßen, Freunde, ich weiß, das ist das Ungesündeste, was es überhaupt gibt, aber es sind die Besten. Und weil wir uns so gerne anschauen, haben wir hier auch etwas anderes, nämlich den Cooling-Eistick, der ist für die Augen. Ja. Wenn du mal verschlafen morgens aussiehst, macht müde Männer munter. Ja. Cooling-Eistick macht müde Männer munter. Ich habe das nämlich neulich gesehen in einem TikTok-Video von jemandem und sie hat das gehypt und das fand ich echt spannend. Der hat Koffein mit drin. Der? Na, der Stick. Ah. Und hat halt so ein Metallkügelchen. Wir werden, wenn ihr wollt, die Sachen auch gerne nochmal in einem Live-Try-On testen. Was ist das hier? Das ist ein Stern, den du dir auf deine Mütze stecken kannst, damit du aussiehst wie das Christkind. Jetzt siehst du aus wie Sailor Moon. Ich habe zwei Sterne mitgenommen, einfach für Deko. Nein, für Flatlays. Was? Für Flatlays. Was sind denn Flatlays? Na, Flatlays sind so Produktbilder von oben. Gut, wenn wir uns was anderes anschauen wollen, dann gucken wir uns die Mult... Was bin ich? Multipurpose. Multifunktions-Balsam von Betty. Klingt wie Adiboditas. Von Betty ist das. Ich mache... Ich habe keine Ahnung. Ich dachte mir, es könnte vielleicht ein Dupe zu dem Elizabeth A. Produkt sein. Ist bestimmt noch zu. Das ist für trockene Lippen und trockene Haut. Und ich hoffe, dass das ein Dupe zu diesem Elizabeth A. 8-Hour-Cream ist. Weil das ist das, was ich gerade gefühlt esse. Nee, das ist wie so ein Lipppflege. Ja, das ist sehr, sehr dick. Also hier steht schon... Ich bin so doff. Hier stehen die Inhaltsstoffe schon drauf. Im Prinzip ist es Vaseline mit Kokosnussöl. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ihr wirklich trockene Haut oder ich habe das hier auch so an den Fingern. Oder wenn ihr mal was einfetten wollt, dann ist das auch gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir von Panthene Provi Color... Was denn? Das ist doch Panthene. Ja. Panthene Provi. Color Damage Reverse Biotin Schutt. Das macht ihr euch zum Beispiel morgens in den Kaffee rein und dann kommt ihr gut in den Tag rein. Das ist ein Schutt, steht hier. Biotin Schutt. Das ist für farbgeschädigtes Haar. Mit Biotin. Das ist halt, ich glaube, wie so eine Haarmaske. Ich nehme halt immer gerne so kleine Dinger mit, um die mit in den Urlaub zu nehmen oder so. Oder an Weihnachten jetzt. Denkt also da, ganz ehrlich, das ist ein Ding, da müssen wir einmal drüber reden. Oh Gott, nicht drücken. Warum? Dann passieren schlimme Dinge. Darf ich drücken? Noch nicht. Bitte. Nein. Einmal drücken. Ja, aber nicht hier. Kommt da was raus in der Luft? Ja, da kommt was raus. Was denn? Irgendwas, was ich nicht definieren kann, was mir mein ganzes Auto versaut hat. Also, hä, ist doch nur Luft? Dachte ich auch. Ist da nur Luft? Ne, da kam noch flüssig. Ne, das ist Luft. Möchtest du dir mein Auto anschauen? Ein Anti-Dust-Spray, das braucht man, um mal Tastaturen zu reinigen. Das ist nur Luft. Aber da kam Wasser? Da kommt doch Flüssigkeit raus. Nein, das ist doch nur Luft. Oder ist das kondensierte Luft? Das ist kondensierte Luft. Also, ich habe das gesprüht und habe das auf den Sitz gesprüht und dann hatte ich so ganz viele weiße Flecken auf dem Sitz. Und was hast du denn da auf dem Sitz gemacht? Darauf gesprüht. Aber das ist vielleicht etwas, was... Also, zum Beispiel, ich habe hier, wenn ihr das sehen könntet, ich habe hier einen Computer. Der steht hier die ganze Zeit seit Jahren neben mir, neben dem Make-up. Und der sieht aus, als hätte ich hier eine Puderfabrik eröffnet. Macht das vielleicht nicht, wenn wir nicht hundertprozentig geklärt haben, was da drin ist. Ein Anti-Staubspray braucht man halt auch mal. So, dann hat Maxim heute eingekauft, das ist Hängerherz. Hängerherz? Steht so drauf. Hängerherz. Hängerherz. Steht hier. Anhängerherz. Hängerherz. Achso, steht tatsächlich so drauf. Steht drauf. Hängerherz. Das hat er sich gekauft, um... Für den Wirestorm, den wir nicht haben. Nee, für die Flatlays. Ach, für die Flatlays. Für Deko. Mit deinen Modems. Okay, hier ist noch was anderes. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist, weil Alvira gibt es ja hier bei Action. Und Alvira hat auch eine Banana Cream Mask mitgebracht. Verrückt, was es so alles gibt. Okay, verpacken ist schon mal der Endgegner. Die soll die Faut tief mit Feuchtigkeit versorgen und ein Extrakt an Rosmarin, Vitamin E und Bananenfrucht-Extrakt. Also bei den ganzen Feuchtigkeit-Cremes braucht es nie wieder draußen zu regeln. Die machen die alle nur draußen auf unseren Garten und dann ist alles wieder schön. Komm, wir riechen. Riecht... Riecht... Nee, das riecht gut. Das riecht wie diese Bananen. Du hast Bananen. Ja, aber das wusstest du, wusstet ihr, dass die Banane, die wir essen, eigentlich gar nicht die Urbanane ist. So, ich dachte, gar nicht zum Essen gedacht ist. Die ist die Urbanane. Was? Es ist nicht die Urbanane. Es gab vor, ich glaube, 30 oder 40 Jahren, das habe ich schon mal erzählt, warte, ein Bananenvirus oder Bakterium, was alle Bananenpflanzen auf der Welt fast ausgerottet hat. Also wenn ich einen Freund hätte, der 80 Jahre alt ist, habe ich die Urbanane zu Hause. Freunde, schaut mal. Wir haben jetzt hier die Limit-Edition Summer Repair von Gliscour. Das macht ihr euch auch in den Kaffee morgens rein. Nee, in die Haare bitte. Das ist fantastisch. Ich habe dieses Spray mal in dem DM-Hall gehabt. Das Problem bei Gliscour ist, und ich weiß nicht, warum sie das nicht hinkriegen... Das riecht gut. Oh ja. Dass du dich danach auf den Boden legst, wenn du das sprühst. Was bitte? Du rutschst aus auf Gliscour. Immer. Dann machst du das wieder in die Haare. Ja, aber das andere ist so ein Spray. Das geht ja dann auch auf den Boden. Und sobald du rüberläufst, ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Du leakst. DIY-Hackt, wenn ihr Schlitten fahren wollt, macht euch ein bisschen Gliscour an die Kufen. Zum Beispiel. Und dann saust ihr, wie bei der schönen Bescherung, über das Feld. Super. Und dann haben wir das letzte... Nee, 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 noch nicht. Das ist ein Thermometer für Fieber zu messen. Ja, wir müssen jetzt... Magst du das nicht, was man sich hinten reinsteckt? Wir haben keins, was wir... Doch, ich habe eins mitgebracht in diese Partnerschaft. Das ist für hinten. Ja, aber ich... Oder für den Mund, je nachdem. Ja, genau. Wenn du es nicht mehr weißt... Ja, gut. Du solltest dich einmal für eine Öffnung entschieden haben. Genau. Und das ist jetzt für... Das fand ich... Das habe ich euch mitgebracht mal, um... Damit ihr das mal testen könnt. Also, damit wir es mal testen können. Okay, sind natürlich keine Batterien mit dabei. Ist von Grundig und auch echt billig. Von dir? Aber wenn man vielleicht kleine Kinder hat und die schlafen und man die nachts kontrollieren möchte, könnte das gut sein. Wir haben jetzt leider keine Batterien hier. Bei Instagram kriegt ihr aber ein Update dazu. Du kannst auch Objekt testen, wie warm die sind. Objekt oder Body? Dann mein Körper. Puh. Heiß. Okay. Okay, warte. Wir haben noch Masken mitgebracht. Gibt es bei dir den Masken-Montag? Ja, das sind die besten Masken überhaupt. Die sehen... Nee, es gibt jetzt den Magic-Montag, wenn ich den Masken-Montag... Hier, schaut mal. Das ist die Peppi-Test, Probiotics und Cremamide. Ja. Also, ganz ehrlich, das sind mit die besten Masken von The Mask Doctor. Ich liebe The Mask Doctor. Der Masken-Doktor. Der Masken-Doktor. Der Masken-Doktor. Steht doch da drauf. Der Masken-Doktor. Mit Peptiden, Probiotik und Ceramiden. Ich mag die sehr, 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 sehr gerne. Die sind extrem getränkt. Und du kommst damit echt weit. Willst du eine machen? Nein, danke. Wir haben noch was für Geschenk-Ideen für euch mitgebracht. Das werden wir mal testen. Beziehungsweise wir verschenken das dann an euch. Das sind Spa-Exclusives mit einer Badebombe, einer Body-Butter, einem Duschgel, einem Body-Spray und einem Body-Peeling. Ja, wenn man es braucht. Ja, nee, das ist doch ein tolles Geschenk. Ich bin immer auf der Suche nach einem Shampoo, was erstmal als Shampoo funktioniert oder als Haarwaschen-Mittel. Also als Duschgel und als Haarshampoo. Das ist mal so meine Mission. Hier habe ich ja dann fünf, sechs. Aber das ist doch super. Nee, super ist für einen Mann, wenn alles in einer Spiegel ist. Ja, aber das schenkt mir ja... Wenn ich mir damit auch noch die Zähne putzen kann, ist perfekt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Duschen, Shampoo, Zähne putzen. Auto waschen, Geschirr abspülen. Ja, so ein Shampoo für alles. Spüli. Ja. Ich finde das gar nicht schlecht. Das ist so ein schönes Geschenk. Ich würde mich darüber freuen. Ja, da hast du es dir ja schön selbst geschenkt. So, vielen Dank, Maxim. Dann haben wir hier von der Fab Factory Gelegant Beauty 9 Color Complete Eyeshake Palette. Komm, wir machen die auf. Ich habe sie einmal geöffnet. Die ist voll hübsch. Naja, die Fändchen sind jetzt echt nicht gut verarbeitet. Ja gut, das Ding hat ja auch 1 Euro gekostet. Achso, die dann ist super. Aber die ist schon gar nicht schlecht. Wir könnten dir damit ein pinkes Underei machen. Ja, kann man mal machen. Und dann habe ich noch ein Set mitgebracht. Und zwar das hier. Das finde ich allerdings so ein bisschen billig gemacht. War ja auch recht billig. Mit einem Badesalz. Eigentlich habe ich es nur dafür gekauft. Wolltest du die Verpackung haben? Für Bilder auf Instagram. Für Flat Lace? Nein, wegen diesem Duschschwamm. Zum Schaumschwamm. Mit Showergel und Bodylotion. Sweet Glow. Verschenkt ihr sowas? Schreibt es mal in die Kommentare. Was für verrückte Einkäufe du hast. Es gibt noch zwei Dinge. Ach krass, ich dachte... Nein, zwei Dinge noch. Ich gehe durch. Eine Duftkerze. Cellarwood. Ja, ich mache die ja nicht an. Ich zünde ja keine Kerzen an. Ich habe ja Angst vor Feuer. Aber die passt perfekt ins Bad. Und sieht hübsch aus. Die Wahrheit ist, wir zünden keine Kerzen an, weil wir zwei Hauskater haben. Ja, aber die Kater sind ja nicht hier unten. Hier unten willst du eine Kerze anzünden. Das würde ich auch nicht machen. Sicher. Ich mache keine Kerzen an. Und zu guter Letzt Skin, Hair and Nails. Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin, Minerals und Plant. Pflanze. Was macht es? Es soll dafür sorgen, dass du ein normales Hauthaar und... Ein Hauthaar? Haut, Haar und Nägelwachstum hast. Ja, was für eine verrückte Vielfalt du hier uns aufgetischt hast. Wie findest du Action? Warst du jemals bei Action? Ja, wir haben schon mal ein Video gemacht, wo ich da Sachen, Make-up eingekauft habe. Und da hast du dich als Meerjungmann verkleidet. Das war eine schöne Zeit. Ja, verrückt, Freunde. Das waren unsere Action-Produkte. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was sagst du zur Action? Die Soßen sind der Hammer. Und die M&M's haben mich auch sehr erfreut, Freunde. Und wenn ihr euch auch erfreuen wollt, dann schaut unbedingt mal auf meinem Kanal vorbei. Da ist nämlich das andere Video. Und da, glaube ich, ist ein bisschen was anderes los gewesen. Absolut, Freunde. Wir freuen uns, wenn ihr rübergeht auf Denny's Kanal. Und dort könnt ihr dann natürlich auch beim Gewinnspiel mitmachen. Alle Informationen dazu stehen unten in der Infobox. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss. Tschüss.